Heute habe ich meine persönlichen Tipps und Tricks für dich, wie du ganz einfach daheim eine leichte, kleine Familienaufstellung machen kannst. Also dranbleiben! Familiensystem ist so eine Sache. Viele Klienten kommen zu mir und wünschen sich eine Familienauflösung. Die kann ich leider nicht anbieten, aber man kann immer eine gewisse Ordnung in ein System bringen. Und das ist das Schöne am systemischen Arbeiten, auch im energetischen. Wenn man davon ausgeht, es gibt eine gewisse Grundordnung und wenn man sich an diese Ordnung hält, dann geht es dem System gut, dann fühlt man sich wohl. Und das ist einmal so der Grundgedanke. Vielleicht warst du schon mal bei einer Familienaufstellung oder hast zumindest schon einmal von Familienaufstellungen gehört. Und die Grundidee jeder Aufstellung ist eben, es gibt ein System, eine Ordnung, anhand dessen man das System ordnen kann. Ganz einfach gesagt, die einfachste Ordnung ist, die Eltern sollen auf einer Ebene sein und die Kinder sollen auf einer Ebene sein. Oder wenn du von einer Firma sprichst, natürlich die Führungsetage sollte auf einer Ebene sein und die Mitarbeiter sollten auf einer Ebene sein. Das heißt, es gibt eine gewisse Rangordnung und diese Ordnung will eingehalten werden. Wenn diese Ordnung eingehalten wird und jeder hat seinen Platz in dem System, geht es auch eigentlich jedem gut. Wenn aber da das System ein bisschen durcheinander kommt, dann kann es eben zu Unruhen kommen im System, dann kann es Missverständnisse geben und irgendwo gibt es dann wahrscheinlich Themen oder Probleme. Oft rebelliert dann mal ein Kind oder ein Mitarbeiter und das ist dann nicht so angenehm. Wie du ganz einfach im privaten Bereich ein bisschen so Ordnung in dein System bringen kannst, ist jetzt das Thema. Mein Tipp Nummer 1 für die Ordnung ist, als Elternteil bist du der Große oder die Große. Das heißt, als Mutter oder Vater bist du immer der oder die Große und die Kinder sind die Kleinen. Und das ist schon mal so ein Bild, das kannst du dir merken. Du solltest immer über den Kindern stehen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man sagt, man ist besser, sondern es geht darum, dass ich sage, du bist die Autorität und die Kinder haben zu folgen. Einfach aus dem Grund, ich höre ja immer wieder, ja und mein Kind ist so eine besondere Persönlichkeit und niemand versteht, was mein Kind wirklich braucht. Aber im Prinzip braucht ein Kind in erster Linie meiner Meinung nach eine Orientierung, an was kann ich mich orientieren. Und wenn das Kind dann schon merkt, momentan meine Mutter, mein Vater stellt sich auf eine Ebene mit mir, dann spürt das Kind instinktiv, da stimmt etwas nicht und wird rebellischer, wird undisziplinierter, begehrt auf. Und natürlich haben dann die Eltern auch das Gefühl, das Kind nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen, weil das autoritäre Gefüge absolut verschoben ist, da ist keine Autoritätsperson da. Und deshalb ist eben wirklich der Punkt folgender, die Eltern sind die Großen, die Kinder sind die Kleinen. Wie kannst du das ganz schnell herstellen? Das ist einfach eine Imagination, die holst du dir mal her, dass du dir mal sagst, ich bin der Große, du bist der Kleine. Also als Beispiel, ich liebe dich, ehre dich, achte dich und erkenne dich als mein erstgeborenes Kind an, als meinen erstgeborenen Sohn, meine erstgeborene Tochter. Das sollte so der Gedanke sein, das heißt, ich bin der Große, du bist der Kleine, ich liebe dich, ehre dich, achte dich, erkenne dich als meine erstgeborene Tochter an, zum Beispiel. So, also damit hast du schon einmal so diese Reihenfolge, diese Rangordnung hergestellt, groß und klein. Da gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, um das darzustellen. Für diejenigen von euch, die schon ein bisschen weiter sind, vielleicht sich schon ein bisschen beschäftigt haben, auch mit Familiensystemen und Aufstellungen, da kann ich die geometrische Form sehr gut empfehlen. Das heißt, wenn du zum Beispiel Mutter, Vater, Kind hast, also ein Dreieck, dann würde ich mir ein gleichschenkliges Dreieck vorstellen und würde einfach schauen, dass wenn ich energetisch arbeiten kann, dass dieses Dreieck wirklich möglichst gleichschenklich wieder ist. Und ich würde an jeden Punkt, A, B, C, würde ich eben jemanden stellen. Das heißt, Vater, Mutter an zwei Punkte und Kind an die Spitze, wenn es drei sind. Sonst eben Kinder halt, je nachdem wie viele es sind, würde ich so bis zum Quadrat, würde ich gehen. Also mit zwei Kindern, ab drei Kindern brauchst du dann schon ein bisschen mehr Vorstellungskraft, dass du noch ein Kind dazwischenstellst. Aber auf jeden Fall mit drei bis vier Personen pro Haushalt kann man das ganz gut mit so geometrischen Farmen machen. Da ist nur zu bedenken, die Frau steht an der linken Seite des Mannes. Also wenn wir jetzt stehen würden, würde quasi meine Partnerin an meiner linken weiblichen Seite stehen. Und der Umkehrschluss ist, wenn ich jetzt eine Frau wäre, würde mein Mann an meiner rechten männlichen Seite stehen. Und das wäre die Blickrichtung. Und das Kind steht eben da zwischen den Eltern so in der Mitte, also wenn es ein Dreieck ist, so ein bisschen in der Mitte zur Spitze hin. Wenn du ein Quadrat aufstellst und du hast ältere Geschwister, jüngere und ältere, dann sind die nachfolgenden Geschwister, stehen auf der rechten Seite einfach des älteren Geschwisternteils. Und so gehen dann die Kinder runter, da hast du dann eine Ordnung reingebracht. Also geometrische Formen sind eine Möglichkeit für Fortgeschrittene. Wenn dir das zu kompliziert ist, vergiss das einfach. Dann kommen wir zum Tipp Nummer 3 und der ist wieder leichter. Schau dir die Sitzordnung bei dir daheim am Küchentisch an. Ein Kind sollte nie zwischen den Eltern sitzen. Ich weiß, es ist praktisch, die Kleine zu füttern und so weiter. Aber es sollten die Eltern immer nebeneinander sein, geschlossen sein und dann erst die Kinder. Denn das ist auch wieder diese Ordnung, diese groß und klein, dass diese Autorität einfach beibehalten wird. Eine weitere Möglichkeit wäre, um Ordnung sich vorzustellen in ein System. Wenn du dir das mit den Seiten nicht merken kannst, dann kommt Tipp Nummer 4. Stell dir eine Uhr vor. Auf 12 Uhr steht der Älteste in der Familie, Vater oder Mutter, wer auch immer das ist. Und dann der Reihe nach im Uhrzeigersinn alle anderen, sodass sich da ein Kreis bildet. Also auch das ist eine Möglichkeit, eine Ordnung ins System zu bringen. Das so zu visualisieren. Dann hast du zumindest eine Rangordnung nach Alter. Und daher gibt sich dann auch schon eine gewisse Autorität, weil die Eltern natürlich älter sind als die Kinder, hoffentlich. Das wären eigentlich so meine Tipps, wie du bei dir schnell daheim mal im Familiensystem schauen kannst. Und mein Bonustipp ist, und den schätze ich immer so, wenn du dir nicht sicher bist, ob du etwas trägst von deinem Familiensystem, wenn du selber was drauf hast. Gilt natürlich auch der Schluss, auch wenn du erwachsen bist, deine Eltern sollen immer größer sein als du. Denn ich erlebe es, dass viele Klienten dann, gerade wenn die Eltern wieder älter werden, dass die dann wieder anfangen, ja, meine Mutter ist schon so alt, die kann ja nicht mehr. Und ich muss da vieles übernehmen. Und die übernehmen aber dann energetisch Sachen, die nicht gesund sind. Da rede ich ja nicht von Einkaufsdiensten oder Wohnung putzen oder mal da sein, sondern da geht es wirklich um das Energiefeld. Und das wird dann zu belastend. Das heißt, du solltest dir auch, wenn du deine Eltern hast und erwachsen bist, immer die Eltern als größer vorstellen. Du bist dann der Kleine, die Eltern sind die Großen. Also, dass diese Ordnung immer beibehalten wird. Das wäre so mein Tipp, gerade wenn deine Eltern dann älter werden. Und auch wenn du schon erwachsen bist, die Eltern sollen immer die größeren sein, denn sonst übernimmt man Energien. Und zu allerletzt ist noch mein Tipp, beobachte einfach mal, wie haben deine Eltern gelebt? Was haben die für Anschauungen gehabt? Trägst du diese Anschauungen weiter? Also sei einfach ehrlich mit dir und wenn du da andere Werte, andere Anschauungen einfach mal in dir herausgearbeitet hast, dann lebe die mehr und geh weg von den Anschauungen der Eltern. Das heißt nicht, dass die schlecht sind, aber du bist halt eine andere Generation und deine Eltern sind natürlich auch in einer anderen Zeit geboren. Und da kann es schon sein, dass sich da manches mal ändert. Gut, das wären so meine Tipps auf die Schnelle fürs Familiensystem. Ist alles gar nicht so kompliziert. Hauptsache, es gibt eine Ordnung, es gibt ein gewisses System. Und ja, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren. Du kannst dir das Video mal öfter anhören, wenn du dir irgendwo nicht sicher bist oder wenn du eine Frage hast, schreib es unten in den Kommentaren rein. Und ich werde schauen, dass ich das beantworte. Wenn du irgendein Thema aufbereitet haben möchtest, hier, wenn ich über irgendwas reden soll, irgendwelche Fragen beantworten soll, dann schreib mir das rein. Mache ich natürlich gerne. Ich freue mich über ein Abo bei meinem Kanal. Ich freue mich über einen Daumen hoch und teile dieses Video ruhig, wenn du wen kennst, wo du sagst, na, das wäre gut, dass sich der mal mit seinem Familiensystem beschäftigt. Ich wünsche dir alles Gute, eine gute Zeit. Bis bald. Dein Oliver Erini. Mediale Energetik, Energetik, die wirkt. Tschüss. Mediale Energetik, die wirkt.